servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal eines der großen features von patch 10.1 es wird tatsächlich nicht viel von gesprochen aber es ist da ist das cross faction gildensystem heißt letzten endes wenn ihr jetzt sagt ich finde ja an und für sich meine gilde ganz cool aber meine liebsten allianz freunde sind nicht dabei oder horden freunde wie auch immer und ich habe keinen bock immer nur hier den red fury zu sehen sondern möchte auch mal meine anderen kumpel sehen liebe grüße gehen raus an den marcel dann habt ihr jetzt die gelegenheit dazu es ist möglich cross faction gilden zu eröffnen beziehungsweise wenn ihr eine horde gilde habt mitglieder der allianz einzuladen und vice versa wie das ganze funktioniert welche restriktionen es gibt das gucken wir uns in diesem video mal an und tatsächlich wird es euch auch möglich sein ohne probleme in einer cross faction gilde auch eure gilden mitglieder zu töten denn das system hat alles in allem ein paar schwächen gucken wir es uns mal an es ist noch nicht eine komplette vorschau ich hätte zum beispiel noch ein paar fragen zum ganzen system die habe ich ja schon mal einem anderen video gestellt zum beispiel wird man auch einstellen können irgendwann dass man über den random browser bewerbungen aufnehmen kann oder annehmen kann damit meine ich jetzt hier diesen rekrutierungs browser kann man da dann auch irgendwann auswählen ich möchte keine cross faction member das ganze geht aktuell wohl noch nicht wird sowas noch kommen das wären noch so ein paar fragen gewesen die ich mir gerne beantwortet gewünscht hätte aber wir gucken erst mal rein also guild affiliation with the alliance or horde will depend on the faction of the guild leader and guild achievements and vendors still reflect the guild's primary faction also es wird letzten endes keine komplett neutrale gilde werden denn ihr habt immer noch eine ja zugehörigkeit zur horde und allianz und die hängt eben davon ab welcher fraktion euer guild leader angehört bei uns ist es jetzt halt horde und dementsprechend wären wir eher eine horde gilde wo aber auch allianzler mit rein könnten das ist insofern wichtig für den nächsten punkt guild members of the opposite faction will benefit from unlocked shared perks but cannot contribute to specific achievements also freigeschaltete perks profitieren die leute auch weiterhin davon auch wenn sie von der anderen fraktion sind damit ist dann zum beispiel dieses ganze gedönsliche gemeintuchte zusammenarbeit gilden page die mauns und rezepte und ne der ganze scheiß allerdings was nicht geht ist dass diese cross-faction member dann für bestimmte erfolge beitrag leisten können da gibt es dann zum beispiel hier dieses schlechter der allianz schließt die unteren aufgelisteten schlechter erfolge ab oder halt dann schlechter der horde ich bleibe jetzt beim allianz aber ihr wisst es gilt für beide seiten sprich wir könnten jetzt zwar allianz leute mit in unsere gilde nehmen aber die können logischerweise auch nicht bei sowas hier punkte beisteuern oder kills beisteuern weil sie können ja halt schlecht ihre eigenen member in der offenen welt töten also das wird da nicht gehen es gibt jetzt nicht so viel worauf das bezogen ist aber zum beispiel gibt sie dann für horde gilden diese zwergen schlechter nacht elfen schlechter und so weiter erfolge nur weil dann jetzt hier allianzler drin sind kommen dann nicht automatisch org schlechter und so weiter dazu also das bleibt dann alles auf horde fokus gerichtet weil gilt lied ist eben horde wie das jetzt aussieht würde der gilt lied ein faction change machen das hat blizzard jetzt beispielsweise nicht beantwortet das fände ich relativ interessant wie es dann aussehen würde theoretisch wäre der gilt master ja dann allianzler ob sich dann auch wirklich alles rumkrempelt i have no idea das muss man einfach mal abwarten oder gucken ob blizzard da in zukunft noch ein bisschen was zu sagt dann gilt repairs and social conveniences like shared chat will be available to opposite faction guild members also die können auch dieses reparieren nutzen und so weiter das war jetzt für mich aber eh schon klar da sie ja gesagt haben die profitieren auch von diesen perks und so weiter und so fort also alles oder alle annehmlichkeiten die das gilt neben so mit sich bringt zählen dann natürlich auch für die andere faction und das finde ich jetzt zum beispiel sehr sehr interessant players must be battle net friends or part of the same battle net community to invite or receive an invitation to an opposite faction guild on the same realm also ihr könnt nicht einfach munter jetzt hier leute einladen allianzler um jetzt beim beispiel zu bleiben ich könnte jetzt hier nicht munter allianzler in die gilde einladen auch wenn ich den rang dafür theoretisch hätte und das könnte ich muss entweder mit diesen personen über battle net befreundet sein also ich muss sie in irgendeiner form halt schon mal kontaktiert haben oder wir müssen teil derselben community sein also sprich man könnte eine g6 gilde machen wo man dann das heißt nicht dass es kommt nur als beispiel wo ich leute aus der community dann einfach einladen könnte ohne irgendwelche restriktionen also das geht aber dass man jetzt sagt wie jetzt bei uns da ist jemand und sagt ey ich habe gesehen ihr seid eine ziemlich gute raid gilde ich hätte bock einfach mal beizutreten auch nur als family und friend geht das nö dafür müsst ihr ja erstmal dem guild lead oder einem der einladen kann eine anfrage schicken im battle net erst dann wäre das möglich und dementsprechend geht es auch nicht über diesen rekrutierungstab dann einfach leute der anderen fraktion aufzunehmen also das system hat definitiv gewisse einschränkungen und das wird auch noch im letzten punkt deutlich opposite faction guildmates can only play communally in side instances they'll still be considered unfriendly to each other or hostile in war mode in the outdoor world also letzten endes nur weil man in derselben gilde ist werden diese barrieren von horde und allianz nicht aufgehoben auf der einen seite finde ich es gut dass diese trennung ich persönlich mag das ich kann jeden verstehen der sagt nee das gefällt mir nicht mir persönlich gefällt es wie gesagt nur weil man in derselben gilde ist werden diese restriktionen halt nicht aufgehoben wie gesagt auf der einen seite finde ich es gut dass man das ein bisschen probiert auf zu oder beizubehalten auf der anderen seite geht damit für mich auch der sinn einer gilde etwas flöten weil das heißt theoretisch wenn weiß nicht wir 15 hortler wären und 5 allianzler in der gilde haben könnten wir unsere guild member in der offenen welt wenn wir war mode anhaben die ganze zeit ab farben campen und töten und sonst was was ja eigentlich so ein bisschen diesem gilden gedanken widerspricht also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch aber theoretisch wenn ihr jemanden habt zukünftig der in eurer gilde ist der euch absolut auf die eier geht und der gehört der anderen fraktion an ihr seht ja auch danke oder mit hilfe des guild fensters immer in welchem gebiet er sich aufhält könnt ihr den theoretisch richtig schön genken und danach teabangen und was weiß ich nicht dass ich euch das empfehlen würde so viel sind wir ja nicht aber ihr könntet es nun denn ihr seht es also das system hat noch so ein paar einschränkungen oder einige da bin ich generell mal gespannt ob die überhaupt irgendwann über bord geworfen werden aktuell kommt es mir so ein bisschen so vor als ist das nicht fisch nicht fleisch also ja wir geben den spielern was sie wollen aber eigentlich wollen wir uns nicht so richtig von dieser trennung distanzieren warten wir es einfach mal ab was da noch kommt ich würde sagen danke euch fürs zusehen schreibt gerne in die kommentare wie findet ihr diese ja änderungen und restriktionen ich bin gespannt lasst auch sehr gerne ein like und abo da ich sag's gerne nochmal ihr unterstützt mich damit enorm über 70 prozent der leute die hier zuschauen haben immer noch nicht abonniert und ja das macht tatsächlich viel aus gerade in zeiten wo youtube wie aktuell sich finanziell ehrlich gesagt so gut wie gar nicht mehr lohnt schönes wochenende noch bis zum nächsten video und habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten video und abonnieren